Leute, heute spielen wir Fredbear and Friends Left to Road. Es tut mir leid, aber ich wollte das in einem Livestream machen, aber keine Zeit. Deswegen mache ich es schnell in einem Video. Keine Ahnung, hier können wir noch die Charakter-Minigames, Cutscene, alles andere. Aber ich wollte das jetzt machen. Deswegen wollte ich jetzt einfach den Insane-Mode machen. Deswegen nicht sauer sein, wenn ich den Insane-Mode jetzt ohne euch mache. Bitte nicht sauer sein. Das ist anscheinend der Insane-Mode, also bin ich gespannt. Wenn nichts anderes passiert als die anderen Nächte, also ganz einfach. Also werde ich ein bisschen vorspulen, glaube ich, oder? Ja, ich werde ein bisschen vorspulen. Oh mein Gott! Okay, 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 verstehe. Jetzt weiß ich auch, warum das der Insane-Mode ist. Habt verstanden. Die Animatronics sind 50 Mal schneller als davor. Sind extrem schnell schon bei den ersten Minuten, äh, ersten Minuten. In den ersten Sekunden schon. Und das ist nicht übertrieben. Installiert euch das gerne selber. Kein Witz. Ihr könnt das selbst ausprobieren. Wenn ihr ein Video davon macht, werde ich versuchen, das sogar selbst zu reagieren. Also, wenn ihr ein Video macht und hochladet und dann den Link in meinen Kommentaren macht, dann werde ich ein extra Video nach, ähm, gucken und... Und ich werde es mir wirklich angucken. Also, ladet es hoch! Ich werde dann eine Reaction machen, ob ihr gut seid oder nicht. Sehr wahrscheinlich seid ihr besser als ich. Digger sind sie schnell! Ich wollte gerade Freddy ausschalten. Verdammt! Ihr seht schon, es ist schon schwer. Ich dachte, der Insane-Mode ist unendlich, aber einfach. Und nicht sowas. Ich bin trotzdem stolz. Ich bin trotzdem glücklich. Dass es ein bisschen schwieriger ist, als... Ich glaube, das war eher gesagt das Beste, was sie raussuchen wollten. Weil ich finde das auch, dass das Beste, ähm, der beste Raum ist. Ähm, was sie hier genommen haben, ähm, also gemacht haben. Hi Freddy! Also, meine Meinung nach... Das ist ein bisschen was, äh... Wie heißt das? Gasmaske? Ja, das heißt Gasmaske. Und plus muss man noch auf die Camps immer gucken. Alter Schwede, es ist so schwer. Ist das Bonny? Okay, Bonny ist da. Freddy kommt wieder. Gucken wir mal, ob Chica da ist. Ein bisschen runterkommen. Chica ist da. Ich lasse das mal an, solange... Okay. Wir haben schon mal zwei Minuten überlebt. Ein neuer Rekord. Let's go! Das gibt einen Grund zu feiern. Let's go! Ich weiß schon, dass ich wieder gleich ein Jumpscare bekomme von Foxy. Okay. es gibt so viel zu beachten ich schwöre euch das ist nicht einfach das sieht einfach aus ist es aber überhaupt nicht okay ich muss immer unter 50 bleiben oder mindestens unter 70 ein bisschen gucken drei minuten easy ich sagte okay bonnie Zwei Minuten noch. Epische Musik. Schade. Warte. Schade. Funktioniert nicht. Okay. Foxy ist gefühlt der gefährlichste. Ey. Nur noch zwei Minuten. Ich lasse mal drauf. Okay. Bisschen niedriger. Eine Minute nur noch. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Solange sie nicht alle... Ah. Eine Minute nur noch. Ich mach das mal an, keine Lust jetzt noch zu verlieren. Ich hab's geschafft, ich hab, ich hab's geschafft, ey, da steht Room Completed. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab' leider nicht mehr gelesen. Aber ich glaub, das ist neu. Das ist neu. Glaube ich. Nicht sauber sein, wenn ich nicht weiß. Ich hab darauf nicht geachtet, dass da überhaupt was ist. Das kam. Und das kam, glaube ich. Somit haben wir's glaube ich durchgespielt. Ich dachte, ein Zellmodus ist wirklich ein Zell, also dass es eine ganze Zeit unendlich ist. Aber das... Okay, okay, egal. Das war's mit dem Video. Der Live wäre sowieso sehr kurz gewesen dann. Egal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.